Du möchtest professionelle Videos drehen mit deinem Smartphone, weißt aber nicht so richtig, wie du anfangen sollst, welches Zubehör du brauchst und was du alles beachten musst. Mein Name ist Rainer Wolf und ich bin Inhaber und Geschäftsführer der Firma Arktis.de und gleichzeitig begeisterter Filmemacher. Schon seit vielen Jahren filme ich mit dem Smartphone und habe zahlreiche Projekte umgesetzt. Egal ob ihr ein Reisevideo drehen wollt, ein Familienfilm, ein Urlaubsvideo oder ein Unternehmensvideo. In zahlreichen Grundlagen-Tutorials erkläre ich euch Schritt für Schritt alles zu Themen wie ISO-Wert, Belichtungszeit, den Einsatz von Vorsatzfiltern oder die Auswahl eines richtigen Mikrofons. Bei mir lernt ihr alles zum Thema Lichtsetzung, zur Bildgestaltung und natürlich auch zum Thema Storytelling. Auf Arktis.de findet ihr auch eine große Auswahl an Zubehör, welches wirklich sinnvoll ist, wenn man mit dem Smartphone filmt. Also wenn ihr auch jetzt gleich anfangen wollt, professionell mit dem Smartphone Filme zu drehen, dann klickt jetzt auf den Link. Wir sehen uns gleich auf Arktis.de und dann starten wir direkt durch. Los geht's auf Arktis.de.